Musik Herzlich Willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Jesus Christus ist und bleibt derselbe. Gestern, heute und für immer. So steht es im Hebräer 13 Vers 8. Er ändert sich nicht und deshalb kannst du ihm vertrauen. Und ein Vers weiter heißt es, es ist das Größte, wenn jemand seine ganze Hoffnung auf Gottes Gnade setzt und sich durch nichts davon abbringen lässt. Und so sollen wir das machen, durch nichts davon abbringen lassen, an seiner Gnade festzuhalten. Seine ganze Hoffnung auf Gott. Wie wunderbar. Hoffnung um 12. Auch wir wollen dich heute ermutigen, dass du deine ganze Hoffnung auf Gott setzt. Reale Freiheit ist heute das Thema. Ja, und lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Auf gebet.missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Reale Freiheit. Reale Freiheit. Woran denken wir? Ich denke, wir denken da auch an Urlaub, Freiheit, Berge, Wandern, auf dem Meer und was auch immer für dich Freiheit bedeutet. Und wir wissen auch, dass diese Freiheit doch dann wieder eingeschränkt ist. Ja, aber die reale Freiheit ist eigentlich das Evangelium. Im Evangelium finden wir wirklich das, was frei in Freiheit leben heißt. Die Seele in Freiheit. Wie viele Dinge binden uns oder schränken uns seelisch ein, Emotionen usw., was uns so richtig einengt. Und die reale Freiheit finden wir im Evangelium, wo wir die Freiheit finden, die Jesus für uns getan hat oder erwirkt hat. Und ich sage dir, du kannst diese Freiheit nicht erarbeiten. Du kannst sie nicht kaufen. Und auch in der Religion wirst du sie nicht finden, sondern die Religion schränkt dich ein, dass es gar keine Freude mehr macht. Und ich sage dir, die pure Freiheit ist die Liebe Gottes. Gott möchte, dass du Freiheit hast. Nicht Freiheit zu sündigen. Du hast gar keine Lust zu sündigen, wenn du in der Freiheit des Evangeliums unterwegs bist. Ja, und ich sage dir, das ist wirklich Freiheit auch zu wissen, dass Gott dich liebt. Du bist ein Kind des Königs. Du bist ein Kind des Schöpfers. Ist das nicht eine wunderbare, tolle Freiheit? Danke, Herr, dass du uns die Freiheit geschaffen hast. Herr, für unsere Seele, Herr, für unser Leben, Herr, für in deinem Evangelium, wo wir so vieles finden, was uns ermutigt, was uns auch aus Trübsal herauszieht. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir in dieser wahren Freiheit leben dürfen, dass es deine Idee war und ist. Ich danke dir von Herzen. Amen. Ja, und seine Gnade ist da und deshalb wollen wir beten. Er ist hier und wenn wir zu ihm rufen, dann hört er uns auch. Ein Mann berichtet uns von folgendem Problem und wünscht Gebet. Und das wollen wir gerne tun. Er schreibt, bitte betet für mich. Mein Immunsystem ist sehr geschwächt. Ich werde ständig krank. Schon wenn ich kurz vor die Türe gehe, komme ich mit einer Erkältung zurück. Ich habe schon einige Aufbaukuren durch, aber nichts scheint langfristig anzuschlagen. Ich möchte endlich wieder normal leben können, ohne diese Angst, ständig krank zu werden. Und Jesus, du kennst diesen Mann, auch dieses Immunsystem, das geschwächt ist. Und ich danke dir, dass wir deine Kraft da hineinsprechen dürfen in dieses Immunsystem. Danke, dass du wirkst an diesem Mann, an dieser Person, dass er nicht ständig krank ist, sondern dass er ein starkes Immunsystem bekommt mit deiner Hilfe. Weil du der Herr bist und weil du mit deiner Kraft und mit deiner Heilungskraft ihn gerade jetzt durchströmen kannst. Danke, Jesus. Du bist der Herr auch über ihn. Und ich danke dir, dass du ihm auch diese Angst wegnimmst und dass er wirklich deinen Frieden erleben darf. Und auch deine Gesundheit. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ein Gebetsanliegen für einen Fuß, der viele Probleme macht. Bitte um Gebet für Heilung meines linken Fußes, den ich mir vor circa 13 Jahren gebrochen habe. Seitdem ist die zweite Zehe sehr unbeweglich. Der Vorderfuß ist chronisch geschwollen und schmerzt bei jeder Bewegung. Außerdem hat mein linker Fuß schon seit langem eine leichte Fehlstellung. Die ebenfalls Schmerzen bereitet. Vielen lieben Dank für ihre Gebete. Ja, Jesus. Und du kennst diesen Fuß, der eine Fehlstellung hat und der gebrochen war. Der Zehe und wo Fehlstellung ist und geschwollen und was auch immer. Und Jesus, ich danke dir, dass du diesen Fuß jetzt gerade durchströmst. Dass dieser Fuß heil ist und dass er in deine göttliche Schöpfungsordnung wiederhergestellt wird. Und danke, dass diese Person laufen kann wie Hirschfüße, so wie sie in deinem Wort geschrieben steht. Und wir danken dir dafür, dass du ein wunderbares Werk tust an dieser Person. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Ja, und eine Frau bittet um Gebet und schreibt folgendes. Ich leide an Herzstolpern und damit verbunden bekomme ich Panikattacken. Es ist mittlerweile so weit, dass ich mich sehr eingeschränkt fühle. Ich bin sehr unsicher, selbst beim Spazierengehen. Medikamente fürs Herz schluge nicht an. Psychotherapie hat auch nicht wirklich geholfen. Ich möchte wieder ein lebensfrohes Kind Gottes sein. Ich bitte um Gebetsunterstützung. Ja, das tun wir gerne. Danke, Herr. Herr, du kennst diese Person, die deine Hilfe braucht. Und Herr, wir rufen deinen Frieden in diese Person hinein, Herr. Herr, auch in das Herz und das Herzstolpern, Herr, dass das aufhört. Und Herr, ich danke dir auch, dass du die Angst wegnimmst. Herr, dass das immer wieder kommen kann und so weiter, diese Angst darüber. Ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, dass Ruhe und Frieden in diesen Körper hineinkommt. Und Herr, Kraft und Heilung. Herr, danke, danke, dass wir das bitten dürfen. Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Und ein Gebetswunsch für eine Mutter, die unheilbaren Krebs hat. Meine Mutter hat Krebs, der nicht mehr heilbar ist. Nach Chemotherapie und Operation ist er wieder zurück. Diesmal lässt sich medizinisch nichts mehr machen. Für Gott ist nichts unmöglich. Möge sie geheilt und gerettet werden. Bitte betet für uns. Das ist so schön, wenn schon mit so einer Erwartungshaltung die Anliegen an uns kommen. Gott kann da ein Wunder tun und da wollen wir dafür beten. Danke, Herr, Herr, dort, wo Ärzte nichts mehr machen können. Ich danke dir dafür, dass du noch was tun kannst. Und ich danke dir dafür, dass du der Heiler bist. Ich danke dir dafür, Herr, und Herr, auch die Bitte um Errettung. Herr, lass diese Mutter erkennen, dass sie dich braucht, Herr. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass du die Rettung und Erlösung bist. Nicht nur von Krankheit, sondern, Herr, für unser ganzes Leben. Danke, Herr, Herr, dass du dieser Mutter begegnest. Danke, Herr. Amen. Amen. Tausende von Menschen haben Gottes Hilfe erfahren und viele schreiben uns und einige habe ich heute wieder mitgebracht. Genesung nach Schlaganfall, Gebet wurde erhört. Ende Juli 2023 bat ich um Gebetsunterstützung für meine Tante, die einen Schlaganfall mit komplettem Sprachverlust erlitten hatte. Auch für mich bat ich um Hilfe und Kraft, da ich sie begleite, und unterstütze. Mit göttlicher Hilfe und der Lokopädie hat sie ihre Sprache wieder erlernt und kann sich gut verständigen. Sie lebt auch wieder daheim. Auch mir wurde Kraft gegeben, ihr mit vielem beizustehen. Unserem Gott gebührt tiefster Dank und euch danke vielmals für eure Gebetsunterstützung. Gebetserhörung nach gebrochenen Rippen Eine Frau schreibt, Ich rief bei euch an und bat um Gebet für meinen Mann. Er hatte Rippen gebrochen und arge Prellungen. Er konnte nur noch im Sitzen schlafen. Ein Mitarbeiter hat am Telefon mit mir gebetet. Schnell wurde es besser. Nach vier Wochen hatte er keine Schmerzen mehr. Ich bin Jesus und euch sehr dankbar. Wie schön. Eine unbefristete Stelle als Gebetserhörung Ich bat euch um Gebet für unseren Sohn, dem gekündigt wurde. Vorhin rief er an, um uns mitzuteilen, dass er in seiner Firma einen neuen Bezirk und eine unbefristete Stelle bekommen hat. Eine unbefristete Stelle in Oxford. Jesus danke und euch danke ich für eure Gebetsunterstützung. Ist das nicht wunderbar? Und ein letztes habe ich noch. Eine Veränderung nach dem Anschauen unseres Predigt-Livestreams, schreibt eine Frau. Im Frühjahr letzten Jahres habe ich das erste Mal eine Predigt von Ihnen live gestreamt gesehen. Direkt danach kam eine Freundin zu Besuch. Sie sagte wörtlich, was hast du heute gemacht? Du strahlst total. Du siehst so schön aus. Ich könnte dich umarmen. Ich erzählte ihr von ihrem Live-Gottesdienst und dass es Jesus ist, der mich so strahlen lässt. Das Evangelium leben und leuchten wie die Sterne. Das bewirkt der Heilige Geist auch durch ihre Predigten. Danke für die immer neue Ermutigung. Das ist doch ein schönes Zeugnis. Ja, strahlst du auch? Oder möchtest du strahlen? Oder hast du schon gestrahlt? Sage uns, was du erlebt hast. Wir würden es gerne hier vorlesen, damit andere strahlen können oder es auch erleben können. Wir hatten das Thema Lebe in der Freiheit des Evangeliums. Und ich sage dir, tu es. Lebe in dieser Freiheit. Genieße es. Der Teufel möchte dir immer weismachen, dass keine Freiheit möglich ist und dich einengen, emotional einengen. Nein, lebe in der Freiheit des Evangeliums. Gerne darfst du uns dein Gebetsanliegen schicken. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet und auch heute bis 13 Uhr am Telefon. Ja, und du hast gehört vom Livestream. Auch am Sonntag haben wir wieder Livestream. Um 10 Uhr sind wir für dich da. Da ist unser Gottesdienst. Du kannst natürlich auch gerne um 10 Uhr hier in Karlsruhe ins Missionswerk kommen oder im Livestream schauen. Sei gesegnet und alles Gute bis zum nächsten Mal. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.